Wir sind ein paar Leute, wie ihr seht. Hallo! Ich komme mir vor wie auf einer türkischen Hochzeit. Alle am Hupen. Wir sind so viele. Holy moly, Macaroni. Wir sind ein paar Leute, wie ihr seht. Hallo! Also wir sind volles Haus heute. Ich komme mir vor wie auf einer türkischen Hochzeit. Alle am Hupen. Es hat aufgehört zu regnen, wie ihr seht, und wir sind bei Macis raus. Macis war eine dezente Überforderung für die Mitarbeiter. Aber es hat alles gut geklappt, also muss man schon so sagen. Jetzt fahren wir alle zusammen zu Maxi, zur Tankstelle. Ich hoffe, der arbeitet noch. Das wäre eine super Töfte, wenn der noch arbeitet. Oh, jetzt ist die Gruppe getrennt. Jetzt ist die Gruppe getrennt. Das habe ich mir gedacht. Rally sind herangefahren. Perfekt. Da hinten sieht man es, aber ihr seht es wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Kamera läuft. Alles super. Ich gucke mal, wie ich mich mit Nadine verbinden kann. Sehner an. Es sind mit dem Sehner gerade irgendwie 20.000 Leute verbunden, die alle durcheinander reden. Ein bisschen langsamer. Hallo, hörst du mich? Hörst du mich? Wir können nicht mehr so weit entfernt sein. Wir fahren jetzt alle langsamer. Ich bin nach ganz vorne und habe gesagt, wir sollen nur noch 50, 60 fahren. Leute, wir haben uns alle ein bisschen verlaufen hier. Das ist ein bisschen schwierig. Wir sind so eine riesen Gruppe. Das hat sich ein bisschen verlaufen, alles hier auf dem Wege. Aber jetzt sind wir wieder alle hoffentlich einigermaßen beisammen. Der liebe Typ mit dem Bielefelder Kennzeichen vor mir mit der, was ist das für eine Z? Z800? Z800E glaube ich ist das oder so. Sieht fett aus. Die sieht auf jeden Fall sehr fett aus, die Maschine. Lass das Auto vor hier, okay? Ja, ja. Du, du, es kommt hier aus, nicht mehr schwer. Was? Wir fahren die ganze Zeit geradeaus, bis zur Hema Straße und dann rechts. Hallo, Alex? Wo? Ja, wir stehen gerade auch an der Rumpen Ampel. Es fehlen noch... Es wird gesagt, dass noch Leute fehlen irgendwie. Es fehlen noch welche. Alle am Hupen, ey. Wollen wir Schlüssel tauschen? Chillig, ne? Okay. Hahaha. Die Abwurzeln muss kleiner werden, sagt Sascha, weil so viele Leute hier sind. Wir müssen irgendwo anhalten, wo wir alle an der Seite fahren können. Damit wir uns alle wiederfinden. Geht das da irgendwo? So bis ganz Ende, damit wir alle in einer Reihe sind. Warte mal, was machen wir denn da? Wir können nicht an der Straße stehen. Warte mal, wo fährt der hin? Dann soll er auf dem Gehweg fahren. Ich stehe auf dem Gehweg. Das... Stehen bleiben, sodass wir niemanden blockieren. Wir hätten einfach hier drauf fahren können. Egal. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Alle Maschinen aus. Wir haben ein paar Leute verloren. Da fällt zwar nicht auf, aber es fehlen ein paar. Es sind alle wieder da. Es sind alle wieder da, oder? Wir können weiter. Wem geht die Maschine? Maxim Schelf hat auch ein Motorrad. Was? Maxim Schelf hat auch ein Motorrad. Wahnsinn. Ahahaha. Ahaha. Scheiße Ampel ist rot! Ampel ist rot, ja ja weissn. wir müssen ranfahren. Wir müssen.. wir müssen grad warten. du musst du musst vorfahren sobald sobald jemand dann so weit droht das musst du die nächste möglichkeit suchen um ranzufahren okay dann fahr los nadien die autos durchlassen und dann fahren bleiben stehen hier rechts nadien seit auch scheiße wir können wir müssen weiter wir müssen wir müssen weiter wir müssen weiter sonst kommt dann blockieren wir alles okay 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 junge das ist ich nehme noch auf naja leute das ist die übelste eskalation hier gerade wir sind viel zu viele ja rechts max arbeitet gar nicht nein ich glaube er hat schon feierabend ich glaube er hat schon feierabend er hat schon feierabend glaube ich mach mal aus mach mal maschinen aus maxi arbeitet nicht deswegen fahren wir jetzt beim vorer haustür vorbei so lobe ich mir das oder so loben so loben wir uns maxi guck aus deinem fenster maxi guck ich habe ihn zumindest nicht gesehen wir fahren jetzt alle gemeinsam hervor der straße dass mein letzter gopro akku den ich gerade drin habe der dritte und letzte irgendwie habe ich meine gopro akku ist heute nicht gefunden vorbereitung ist das halbe leben ich hoffe ihr seid mir nicht böse wenn das video gleich irgendwie abrupt endet das war ein übelstes chaos video heute oh nein da kommt ein tunnel gleich oh da kommt ein tunnel hey alex du alte schnitter du hast du deine kleine schwester hinten drauf oder was jetzt geht die hat inliner schone handi was macht ihr da was macht ihr da also leute ich glaube der kamera verabschiedet sich gleich vom akku her deswegen mache ich das ende jetzt schon an dieser stelle ich hoffe euch hat dieses chaos dieses chaos video vom abo treffen gefallen aber dass der fall ist lasst mir einen daumen nach oben da daumen nach oben da dienst schreit daumen nach unten aber nein also ihr könnt natürlich wenn wenn ihr zweimal den daumen nach oben geben wollt könnt ihr natürlich einen daumen nach oben geben dann euren bildschirm oder euer handy umdrehen und noch einen daumen nach oben geben das geht natürlich auch ne lutscher und super plus weil abonniert werden auch youtuber die dabei waren links in der video beschreibung macht dann mal ein bisschen chaos ich wette die machen dazu auch ein video zu dem ganzen chaos hier da geht da runter und dann schreibt ihr mal so jamaica jamaica army ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten motovlog leute und